Naja, hier haben wir jetzt Schweine gefunden. Aber ich hab jetzt keine Karotten hier, ne? Die kannst du ja wirklich nur mit Karotten hier locken. Also Schweine gibt's schon mal, ich kann mir deshalb bloß keine mitnehmen. Hm, Schweine sind auf der Höhe hier, okay. Aber ich hab jetzt keine Möhren zur Hand hier, ne? Karotten zur Hand hier. Mit Weizen kann man die ja auch nicht locken, das geht ja, ne? Jetzt kommen wir in so einen Wald hier. Aber es wäre ja gut, wenn wir jetzt erstmal... Oh, eine Kuh. Aber es wäre schön, wenn wir jetzt erstmal Schafe hätten, hab ich gesagt. Vielleicht sollte man doch mal in die andere Richtung laufen und gucken. Ich weiß es nicht. Naja... Ist schon ziemlich doof jetzt hier. Ich hab mir jetzt natürlich mehr erhofft mit dem Ganzen, aber... Soll halt nicht so sein. Jetzt komm ich ja nie durch, ich glaub ich werd wahnsinnig. Bin ich jetzt schon wieder auf der Höhe von meinem Dingens hier? Ich lass mal überall durch den Wald hier. Ah, da drüben, okay. Aua. Also meine Station hab ich erstmal wieder gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt geh ich mal in die Richtung. Also... Schweine sind in der Nähe. Das ist gut. Oh. Da war bloß mal keiner Titsch an meinem Mikro gewesen. Tut mir leid. Ähm... Ja. Müssen wir mal hier lang gehen. Hm... Naja... Schwierig. Naja... Ich geb's erstmal auf. Geb ich's halt erstmal auf. Na gut. Aber wisst ihr was? Die Motivation, die fehlt total irgendwie jetzt gerade. Weil man genau weiß, gut, es ist dieser Artikel 13 im Gespräch. Und man baut darin irgendwie keine so richtigen Motivation mehr auf, ehrlich gesagt. Hier noch irgendwie was zu spielen, zu Let's Plan oder so jetzt ehrlich gesagt. Weil... Man weiß ja auch nie wie's weitergeht. Wenn ich das jetzt nochmal kurz ansprechen kann, erstmal in dem Sinne... Das ist schon doof, das Ganze. Geht nur um die Politiker, aber nie um uns. Es geht nur darum, was die Politiker wollen. Was wir wollen, das kümmert auch keine Sau. Das ist böse, aber die Wahrheit. So... So... Ja... Jetzt könnt ich das nicht ausmachen. Wüsst ihr was? Ich werde jetzt erstmal das ganze Eventar mal lernen. Das reicht mir jetzt langsam. Wartet mal, ich mach's erstmal hier oben bis wieder. Ne. Netze. Schnauf mir nicht so in die Ohren. So... Was haben wir denn da jetzt hier? Den Pflasterstein. Aber hier ist tippig alles voll, ne? Na ja, wir haben ja noch ein bisschen was frei hier. Da können wir das alles mal hier ein bisschen reinklatschen hier. Wie gesagt, diese Kombi für das Reinkstappen hier, das geht natürlich nicht bei mir. Wie gesagt, habe ich schon probiert. Falls jetzt Fragen kommen. Ich muss jetzt wirklich einzeln hier reinbefördern. Jetzt hätte ich Beine ans Mikro geröpst. So... Ne, hier ist alles voll. Ich wollte grad sagen, da hinten ist eine Kuh. Das waren bloß die Öfen. So... Was haben wir denn hier? Erde. Hier haben wir die Erde. Aber was soll man denn mit so viel Erde anfangen? Kann man das mir eh noch sagen? Wir haben eigentlich zu viel von dem Ganzen. So... Jetzt will ich mal schnell was probieren. Hier haben wir noch ein bisschen. Was wollte ich denn jetzt? Ich komme eben meinen ganzen eigenen nicht klar hier. Machen wir weiter hier. Das will ich jetzt nicht unbedingt hören. So... Dann mache ich mal das hier. So... Geht das? Was kommt denn da raus? Bestimmt der normale Stein, ne? Jawoll! Das ist genau das, was ich jetzt wollte. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen drin. Gerade habe ich es noch erwähnt. Sollte ich mal noch ein bisschen Holz holen. Und die Öfen mal mit Holz bestücken. Nehmen wir uns mal ganz Paare mal hier. Vier Stück. Machen wir hier mal richtig schön Holz rein. Damit die Höhle auch schön warm wird. Das nehmen wir mal raus hier. Cool. Das ist genau so wie ich es haben wollte. Da können wir uns dann nochmal so in ein Ding hier rein zaubern. Genau. Machen wir das hier oben rein. Das sollte schon so gehen. So. Mal ein bisschen experimentieren hier. Was passiert denn hier? Hier passiert gar nicht immer den Kies irgendwie verbrennen. Kann man das Eis noch mal verbrennen? Das geht auch noch nicht. Gut. Ich wollte dann bloß mal gucken, was hier passiert. Hier passiert auch nichts. Was ist denn bei der Kohle auch nichts? Hm. Na ja. Hätte ja sein können. Im Spiegel kann ich mir auch nie machen. Na ja. Was hat man hier noch so schönes? Hier war ich auch schon lange nimmer. Hier haben wir auch noch so rumgewütet hier. Da oben haben wir das Wasser mal gestopft. Da kommt ja auch nichts mehr. Da werde ich mal noch eine Fackel hinsetzen hier. Wenn es geht. Ja. Das würde ich hier alles noch weiterführen. Hier hätte ich gesagt. Vielleicht mache ich das auch jetzt gleich. Na ja. Aber wir könnten ja auch erst einmal das Lapislazuli abtragen. Und das Gold abtragen. Das haben wir ja auch alles nach unten in der Höhle. Ich glaube mal das werden wir jetzt gleich machen. Aber dafür muss ich mir erstmal die Spitzhacken bauen. Ach ne. Ähm. Ich bin ein bisschen verpeilt schon wieder. Entschuldige mich das bitte. Ähm. Seht ihr mal. Den Hafen wollen wir auch noch bauen. Vielleicht machen wir das im Anschluss auch noch. Muss ich mal gucken. Ähm. Ich brauche nochmal das Holz. Damit wir uns jetzt ein paar Stöcke bauen können. Und. Die Eisenspitzhacken. Und. Die Eisenspitzhacken. auch das Stein hier. So. Ich hoffe das geht jetzt so. Ja. Ich habe eine Leuchte mal hier oben anmachen. Weil es wird nämlich jetzt ein bisschen dunkel hier in meinem Büro. da die Sonne jetzt unter geht. Und draußen wieder alles dunkel wird. Ähm. Ganz besser.